So, damit herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Energiewirtschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es geht weiter im Zuge der Energiereserven. Heute mit dem Begriff der Energiequelle. Im letzten Video haben wir uns die Energievorräte angesehen. Ja, was sind Reserven? Reserven sind eindeutig identifizierbare Vorräte und technisch und wirtschaftlich abbaubar. Erst in Definition, packt euch diese auf eine Karteikarte drauf. Dann haben wir den Begriff der Ressourcen, haben wir auch im letzten Video bereits geklärt, schließen Vorräte ein, die über Reserven hinausgehen und sind nachgewiesen. Aber technisch und wirtschaftlich zur Zeit eben nicht gewinnbar. Das kann sich ja in Zukunft noch ändern. Dann haben wir im letzten Video den Begriff der Energievorräte definiert. Ich habe den jetzt hier noch einmal aufgenommen. Energievorräte umfassen die Gesamtmenge bzw. den Bestand der Energieressourcen im System Erde, die begrenzt ist. Auch die Energiequellen sind begrenzt. Hier dann die Definition. Was sind eigentlich Energiequellen? Energiequellen umfassen den Gesamtfluss bzw. Strom der Energieressourcen im System Erde oder einem Teilsystem, der begrenzt ist. Punkt. Ja, dann würde ich sagen, einmal kurz den Gesamtfluss hier eintragen. Das sind vier Definitionen. Wie gesagt, hier würde ich einfach empfehlen, die auswendig zu lernen. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Diese können wir ja wieder mit der Definition verknüpfen. Vier Pakete habe ich hier für euch parat. Und zwar, was sind mögliche Beispiele für Energiequellen? Ich habe einmal Wind als mögliche Quelle, dann Gezeiten, als drittes Beispiel die Meeresströmung. Und als viertes Geothermie. Geothermie. Ja, sucht euch einfach zwei Beispiele heraus, die ihr dann entsprechend in der Klausur abspulen könnt. Das gleiche gilt natürlich für die Energievorräte allgemein. Wenn ihr Beispiele lernt, würde ich immer so zwei Beispiele auf jeden Fall parat haben, damit ihr eben anhand der Beispiele den jeweiligen Begriff oder das Konzept oder die Theorie erläutern könnt. So, da habe ich zwei Fragestellungen mitgebracht. Bevor wir die jetzt angehen, habe ich erstmal vier Aussagen, die ich euch gerne näherlegen möchte. Und zwar, dass einmal Energiequellen liefern Energieströme über einen sehr langen Zeitraum. Dann, Energieströme werden durch einen natürlichen Prozess gebildet. Und theoretisch ist auch der Zeitraum von Energiequellen begrenzt bei den Energieströmen. Diese sind in ihrer Leistung begrenzt. Ich schreibe euch diese vier Eigenschaften zum Thema Energiereserven, Energiequellen unten in die Videobeschreibung hinein. Könnt ihr dann abgreifen, steht aber auch bei uns auf der Webseite im Fragenkatalog. Wollte ich hier nochmal mit aufführen, so ein paar Aussagen, die man vielleicht auch nochmal nennen sollte. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den zwei eigentlichen Fragestellungen hin. Und zwar, die erste Fragestellung, die ich für euch hier mitgebracht habe, ist, Warum können Reserven trotz Rohstoffentnahme in einer Periode konstant bleiben? Ja, erstmal, wir haben den Begriff der Reserve ja geklärt. Nehmen wir an, wir haben eine Reserve X und ich entnehme jetzt aus dieser Reserve X Rohstoffe oder allgemein eine bestimmte Menge heraus. Warum ist trotz dieser Entnahme in einer Periode es möglich, dass die Reserven konstant bleiben? Dass sie nicht sinken, trotz einer Entnahme. Das ist ganz einfach durch Fortschritt. Und zwar Fortschritt, der auf Basis einer Erweiterung resultiert. Und zwar eine Erweiterung der Reserven induziert eben einen Reservenzuwachs. Und dieser kann sogar größer als die Entnahmen sein. Ursächlich für diesen Zuwachs sind beispielsweise Preisänderungen oder eben technischer Fortschritt. Mit dem technischen Fortschritt habe ich mir das erklärt. Und ich denke, das klingt auch logisch. Das halten wir jetzt einmal kurz fest. Also, Reserven sinken erstmal. Reserven sinken durch Entnahmen. In diesem Fall durch Rohstoff entnahmen. Rohstoff entnahmen. Aber ein Reservenzuwachs. Aber ein Reservenzuwachs durch Kapazitätserweiterung Kapazitätserweiterung oder durch Kapazitätserweiterung Kapazitätserweiterung wirkt der Rohstoffentnahme entgegen. Rohstoff entnahme entgegen. Punkt. Und jetzt zum Beispiel durch Preisänderung. Aber ich würde hier eher den technischen Fortschritt heranziehen. Ich denke, das ist dann als Beispiel ein bisschen verständlicher. Technischer Fortschritt. Ich habe das jetzt ein bisschen anders aufgeschrieben, als wie ich es schriftlich festgehalten habe. Ich lese das gerne nochmal vor. Also, Reserven sinken durch Rohstoffentnahmen. Aber eine Erweiterung der Reserven induziert einen Reservenzuwachs. Und dieser kann sogar größer als die Rohstoffentnahmen sein. Ursächlich für so einen Zuwachs sind beispielsweise Preisänderungen oder technischer Fortschritt. Ich habe das jetzt so hier formuliert. Reserven sinken durch Rohstoffentnahmen. Aber ein Reservenzuwachs durch eine Kapazitätserweiterung wirkt der Rohstoffentnahme entgegen. Je nachdem, wie hoch diese Erweiterung der Reserven eben ausfällt, dieser Zuwachs ausfällt, kann es sein, dass die Reserven leicht sinken, konstant bleiben oder sogar sich erhöhen. Das müsste man sich in Zahlen dann anschauen. Beispiel ganz konkret, technischer Fortschritt im Zuge beispielsweise der Digitalisierung. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar zu den Potenzialen von Energiequellen. Da habe ich vier für euch parat, die ich jetzt nicht alle hier ausführlich hinschreiben werde. Ich werde sie aber erst mal alle nennen und dann für euch hier verbal erläutern. Ich schreibe euch die aber dann wieder in die Beschreibung hinein, in die Videobeschreibung einfach unten aufklappen. Wir haben erst mal das theoretische Potenzial. Theoretisches Potenzial. Ich meine Potenzial mit T zu schreiben, aber ja, jetzt haben wir es hier mit Z. Spielt aber auch keine Rolle. Ich meine, beide sind zulässig, beide Schreibweisen. Technisches Potenzial haben solche Energiequellen. Technisches Potenzial. Wir erläutern die Begriffe auch gleich nochmal kurzerhand. Potenzial. Dann haben wir ein wirtschaftliches Potenzial. Wird... Ah, das sieht ein bisschen doof aus, dann gehen wir mal einen Tacken zurück. Wirtschaftliches Potenzial. Jetzt schreibe ich das hier mit T. Potenzial. Und zu guter Letzt eben hier das Erwartungspotenzial. Erwartungspotenzial. Erläutern wir dir einmal kurz, was verstehen wir darunter? Das theoretische Potenzial ergibt sich aus dem physikalischen Angebot der Energiequellen, zum Beispiel die eingestrahlte Sonnenenergie. Das technische Potenzial beschreibt den Anteil des theoretischen Potenzials, der technisch nutzbar ist. Also theoretisch ist nicht immer das, was auch nutzbar ist. Ihr kennt das. Die Theorie ist nicht immer zwingend das, was ich in der Realität auch anfinde. In Theorie soll uns einfach nur die Realität vereinfacht darstellen. Punkt. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Verkehrsplan habe von dem U-Bahn-Netz. So, ich stehe vor diesem Verkehrsplan und möchte von Station A zu Station B. Dann kann ich eben anhand dieses Planes, der so weit runtergebrochen ist in der Theorie, erkennen, wie komme ich von A nach B. Aber dieser Plan ist natürlich nicht das, was 1 zu 1 in der Realität auch anzufinden ist. Die Strecken sind dann beispielsweise einfach als Linien vereinfacht dargestellt, wie ich von A nach B dann gelange. Punkt. Ja, dann das wirtschaftliche Potenzial ist derjenige maximale Anteil des technischen Potenzials, der ausgeschöpft werden kann, wenn alle wirtschaftlich konkurrenzfähigen Maßnahmen durchgeführt werden. Und das Erwartungspotenzial ist der erwartete tatsächliche Beitrag zur Energieversorgung. Punkt. Ich würde auch hier empfehlen, die vier Definitionen, also die vier Potenziale auf eine Karteikarte zu schreiben und dann entsprechend zu lernen. Das soll es doch schon gewesen sein zum Thema Energiequellen. Ich hätte das auch in zwei, drei Videos packen können, da hätte ich es ein bisschen ausführlicher gestalten können. Aber für mich ist das nur so ein Einführungsmodul, ein paar Begriffe kennenlernen, um eben mit dem Immobilien- und Energiemanagement arbeiten zu können. Punkt. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao.